Wir haben ein kleines technisches Problem hier in VIA, nämlich ich idiot hab die nächsten vier Teile der Webcam-Datei gelöscht. Aus Versehen. So hastig wie alles ging, sind auf alle vier Dateien gelöscht. Und ja, ich mach das jetzt so, ich werde jetzt die nächsten zwei Teile, also sieben und acht, werde ich jetzt kommentieren, ich glaub das nennt man so, Commentary. Also das, was ich jetzt gezockt habe, werde ich kommentieren. Die nächsten zwei werde ich so lassen, einfach weil da eh nicht wirklich was passiert ist. Das könnt ihr euch in Ruhe angucken ohne mein Gebabblele. Also neunzehn ist ohne Gebabblele und sieben acht ist mit der Gebabblele. Nur damit ihr Bescheid weißt, neunzehn wird an einem Tag hochgeladen, also beziehungsweise an einem Tag freigeschaltet, damit die beiden Folgen gleichzeitig gucken können oder hintereinander. Ja, fangen wir mal an. Mit der Part sind wir. Was hab ich gemacht? Die Scheiße da. So, lauf, 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 kleine, kleine Bubblele. Oh, das sind überall Skelette. Das ist unfassbar, aber so viele Skelette in vier. Am Blut, an den Blenden, Safe Checkpoint. Ich dachte zuerst, dass wir vom Zug überfahren werden, aber war wohl nicht so. Ich merk schon, ich hab ganz viel Werkmunition eingesammelt. Oh, 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 da wackelt alles so, so gut! So, da ist auchs Skereddit. OHH, kulook Skellate bewegen sich, seltsau. So, ich öffne da the gates für die Bahn. Ich glaub ich graf am Anfang an dass das Pues ich, da,ピater Advance deiner Seite, ja. dumm alter ist die andere seite du fisch und leuchte jetzt ich bin so dumm warum darfst du jetzt wieder zurück immer gucken immer gucke gucke alles bewegt ist so fangit ist das war warum bewegt sich da alles oder leben leben und granate doch die granaten noch manne ich so blöd da habe ich mich wohl verlau' nein lauf doch nicht zurück mann von da kommst du doch sieht man doch an den skeletten hallo ja und jetzt weiß ich was ist kein eingang wir sind wie wir von da kam aber da gibst du einen weg zurück ne da ist kein weg du musst ja genau net runter net runter jetzt kannst du nicht schlagen das ding ist massiv das ist ein weg ist und da bringt es jetzt placka placka so witzig er ist ja angst hast du angst jetzt vor der flakante nicht no wo warum bewegt sich das jetzt komisch oh 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 die ist kein gutes zeichen kollege oh nee 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 aber das sieht nicht gut aus das sieht nicht gut aus oh 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 und ich mache oh nee kollege nee weil es ab man weil es ab und ich fahr das kriege ich sehr es sind so viel ist schon fast wahr um ah ohne decade munition verschwenden JA ah munition leer ah oh ich bleiche tot ich bleiche tot du bist du bist tot slow mo ja wenn man schlecht aktivieren oh und schon wieder alles beim vor Hallo, wer ist denn denn da hin? Da ist... ...furchtig die Munition genommen. Ja, das ist schön. Ah, nicht schlecht. Schutz auch noch genommen. Leben noch auskassiert. Die Kitschen sind immer gut, ja. Ich glaube, ich stehe jetzt nochmal rüber und hole mir dieses... ...Aquait, Leben, Aquait. Life Aquait. Ah, da ist es. Oh, mit der Granate. Sehr, sehr gut. Was machst du jetzt? Ist doch egal, wer ist unterwegs. Die Autos geht da hoch und dann springt er wieder runter. Dummeskinde. Ah, jetzt geht es wieder von Wanderloss. Gleicher Bug nochmal. So jetzt. Oh, 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 oh! Der hat noch Platz. Oh, da flaschelt alles. Der will sich da rumhängen. Hä, was ist denn hier los mit der Kamera? Geh dich, agel nicht! Ja, nachladen, nachladen Oh, da kommt noch einer Oh Oh Gott, das hier nicht hast Und ich glaube, sie sind so schlimm und so gruselig Man sieht die auch am Anfang gar nicht, nur durch die Augen, was ist wirklich denn das? Na ja, noch diese Kramatische Musik, oh Gott, Lille Schaut aus, was ist denn das? Oh je Kamera wackelt, das ist so brutalisch Kann man sich schon fast gar nicht mehr angucken So, wo laufen wir jetzt hier? Oh, Gänge Oh, ne Oh, ne Oh, ne Oh, ne Ne, ne, ne Hehehe Aber hoffen wir wieder zurück, ja Das ist eine gute Idee Ich glaube, Alma hat zwei Persönlichkeiten, also dieses Kleinkind und das Erwachsene Weil die Kleine hilft uns ja und die Große will uns ja umbringen Also meines Erachtens Ich meine, hier ist sowieso keiner Freund Dann nehmen wir einfach mal an, dass die uns umbringen möchte So, jetzt sind wir hier Bei den Bei den Zügen jetzt durch das Öffnen des Tores Und da ist auch schon ein Ladebeuten Und da ist das kleine Mädchen, was zum Ziel Feste Leben Oh, ne Auslegte bitte Oh, oh You're safe now Dankeschön, kleines Mädchen Ja, ich muss gucken, ob da was ist, weil Wir brauchen Medikids, wir haben keine mehr Follow the Subway Trucks Oh, die haben das gesehen gelegt, aber warte Zurück, zurück Junge, du hast noch 2 und 30 Leben Oh, oh mein Gott Du hast noch 8 Leben, du hast noch 8 Leben, du hast noch 8 Leben Du hast noch 5 Leben Du hast noch 5 Leben Oh man Wie schlitt um Häh, Medikids aber keine harte Fies Orange Line, repeat Orange Line, cut him off Ja, oh 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 oh, Trentheit schlägt. Ein guter Anfang. 12 Leben, ich bin gleich tot. Ja, Dankeschön, aber ich glaube nicht, dass das mir was bringt, denn ich bringe gleich tot. Warum gucke ich da jetzt nochmal hin? Ich mein, das hat doch beim ersten mal nicht geklappt, dass da was ist. Könnte halt mal wieder auch nix klappen. Ich glaub ich hab jetzt gemerkt, dass ich verkackt hab mit dem... mit dem Medikitz. Ja, der Schleiter hat jetzt... Äh, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Oh, der sieht nicht gut aus. Der sieht gar nicht gut aus. Vielleicht das Leben noch. Ja, geht zurück, geht zurück. Keine Granaten, keine Medikits. Sieht nicht gut aus, man. Sieht nicht gut aus. Oh, der ist ein guter Treffer. Jetzt wäre Medikitt nicht schlecht. Ein Medikitt nicht schlecht. Ein Medikitt nicht schlecht. Medikitt, ein Medikitt, ein Medikitt nicht schlecht. Oh, da ist Medikitt. Andere Seite, andere Seite. Genau, zwei Stöger. Ah, volle Leben sehr gut. Oh, es leckt ein bisschen schon wieder. Da war's nicht so schlimm. Eventuell liegt's nur bei mir. Und ihr habt alles super gut bei. Oh, da ist das Leben. So. Guck, da dachte ich. Da dachte ich, dass eventuell der Zug uns überfährt. Aber nein, ist doch nicht. Und da ist ein Leiche. Und da geht's runter. Und da geht's nicht lang. Und da geht's lang. Und da ist ein kleiner Mädchen. Oh. Ja, ja, da gehen wir nicht in den Tisch. Die Tischen sind so gut. Das ist nicht so gut. Da ist Schutz. Granaten. Diese... Klebegranaten. Wir haben eine Waffe leer, ne? Ist dir schon bewusst, oder? Nein, anscheinend nicht. Kämpel, 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 Kämpel. Gleich gesehen durch den Schatten. Und da ist auch noch einer. Bam! Flagen getreten, Flagen getreten. Durchgeballert wie Drecksau. Joa, wenden wir's hier. Das Video ist auch zu Ende. Man sieht sich im nächsten Kommentar. Bis dahin. Ciao.